Eine tolle Sache regulärer Sprachen ist, dass viele ihrer Eigenschaften tatsächlich entscheidbar sind. Das erste Problem, was entscheidbar ist für reguläre Sprachen, ist das sogenannte Wortproblem. Beim Wortproblem geht es darum, gegeben eine reguläre Sprache, zum Beispiel durch einen ähnlichen Automaten oder einen regulären Ausdruck und ein Wort, und wir wollen wissen, ist das Wort in der Sprache. Das Ganze kann man ganz einfach prüfen. Wenn wir einen regulären Ausdruck haben, konvertieren wir den zuerst nach dem Bekanntenverfahren in einen Automaten. Wenn wir schon einen Automaten haben, sind wir schon da. Und diesen Automaten wandeln wir um in einen deterministischen Automaten, einen DFA, und lassen den einfach mal laufen für das Eingabewort und gucken, ob der in einem akzeptierenden Zustand endet oder nicht. Falls ja, ist das Wort in der Sprache, falls nein, ist es nicht drin. Und damit können wir solche praktischen Sachen prüfen, wie ob ein eingegebener Text zum Beispiel eine gültige E-Mail-Adresse ist oder ob das keine Sonderzeichen enthält oder so etwas. Und das ist tatsächlich auch das, was wir bereits gesehen haben, zum Beispiel in dem Java-Beispiel, was die Methode Matches der Pattern-Klasse macht. Die ist auch NFA-basiert und die arbeitet genauso. Das nächste Problem, was wir angucken möchten, ist das sogenannte Leerheitsproblem. Beim Leerheitsproblem geht es darum, wir geben eine reguläre Sprache, Frage, ist diese Sprache leer oder nicht. Das klingt beim ersten Hören vielleicht ein bisschen trivial und einfach. Tatsächlich ist das Problem, wenn die Sprache durch irgendeinen Automaten gegeben wird, durchaus interessant, weil da muss man erst mal rausbekommen, ob irgendein Automat die leere Sprache akzeptiert. Und zweitens hat dieses Problem sehr viele Anwendungen darin, andere Probleme, die vielleicht interessanter sind, zu entscheiden. Das werden wir später sehen. Gucken wir einmal den Algorithmus an, wie das funktionieren kann. Und dabei ist die Idee, dass die Sprache, die von einem Automaten akzeptiert wird, genau dann leer ist, wenn es keinen akzeptierenden Lauf für irgendein Wort gibt. Das heißt, wenn es keinen Weg gibt von einem Startzustand in irgendeinen Endzustand. Und das Ganze können wir zum Beispiel durch Tiefensuche rausbekommen. Wir starten bei den Startzuständen und gucken durch Tiefensuche nach, ob es einen Weg zu einem akzeptierenden Zustand gibt oder nicht. Das Einzige, was wir dabei beachten müssen, ist, dass wir die Zustände markieren, die wir schon besucht haben, um Zyklen zu erkennen und Zyklen zu vermeiden. Hier bei diesem Automaten ist es dann ganz einfach zu sehen. Wenn wir Tiefensuche bei dem Startzustand machen, gibt es einen Weg natürlich zu einem akzeptierenden Zustand. Das ist hier der rot markierte. Und weil es den gibt, deswegen ist die akzeptierte Sprache eben nicht leer. Anders ist das bei diesem Automaten. Da gibt es zwar einen akzeptierenden Zustand, der ist aber nicht erreichbar von einem Startzustand aus. Der ist abgeschnitten. Deswegen liefert die Tiefensuche in dem Falle keinen Weg von einem Start zu einem Endzustand. Und deswegen wissen wir, die akzeptierte Sprache ist leer. Wenn wir Leerheit testen können, dann können wir auch das sogenannte Enthaltenseinsproblem lösen. Beim Enthaltenseinsproblem geht es darum, dass wir zwei Automaten haben. Und wir wissen wollen, ob die eine Sprache, die von dem einen Automaten akzeptiert wird, eine Teilmenge der Sprache des anderen Automaten ist. Typische Anwendung dafür ist, dass Sie vielleicht das System und die Implementierung, die Spezifikation, dass Sie die durch Automaten spezifiziert haben. Und Sie wissen möchten, ob die Implementierung, alle Läufe, die die Implementierung hat, auch die Spezifikation erfüllen. Das heißt, eine Teilmenge der Spezifikation sind. Das wäre so eine Anwendung dafür. Und das wird sich als hilfreich erweisen, um gleich noch ein weiteres Problem zu entscheiden. Jetzt natürlich die Frage, wie entscheiden wir das? Und der Schlüssel zu diesem Algorithmus ist die Erkenntnis, dass die von A1 akzeptierte Sprache eine Teilmenge der von A2 akzeptierten Sprache genau dann ist, wenn es kein Wort gibt, das in der Sprache des ersten Automaten liegt, aber nicht in der Sprache des zweiten Automaten liegt. Also wenn es kein Wort gibt, was vom ersten Automaten akzeptiert wird und nicht vom zweiten. Weil dann, wenn es das nicht gibt, dann muss die erste Sprache eine Teilmenge der zweiten Sprache sein. Und um das entscheiden zu können, können wir einfach A2 komplementieren, dann das Ergebnis mit A1 schneiden und das Ganze auf Leerheit testen. Die Komplementierung und Schnittkonstruktion haben wir angeguckt. Leerheit haben wir gerade eben gesehen, wie das funktioniert. Und deswegen können wir prinzipiell auch diesen Algorithmus implementieren. Und ganz zum Schluss gucken wir das Äquivalenzproblem an, was nun an dieser Stelle wieder das Enthaltenseinsproblem benutzt, das Verfahren dafür. Typische Anwendung dafür könnte sein, dass wir reguläre Ausdrücke haben und wir möchten vielleicht wissen, ob die die gleiche Sprache beschreiben. Dann würden wir die in den Automaten umwandeln und dann einfach zweimal das Enthaltenseinsproblem lösen, indem wir einmal prüfen, ob die erste Sprache eine Teilmenge der zweiten Sprache ist und umgekehrt. Falls ja, sind die beiden Mengen offensichtlich gleich und damit könnten wir dann das Äquivalenzproblem entscheiden.